Hast du jetzt überhaupt ne Waffe flogen? Fortgum Hütte sich voll an uns auf jeden Fall Was ist denn so? Ich bin ausgenockt Jo, ich bin auch ausgewählt Scheiße Alter Wir sind glaube ich 500 Meter hoch geflogen Ihr seid schon richtige Nappels, ne? Scheiße, sorry Die Zone kommt Jungs, 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 wo geht's denn heute? So, wir kommen von... Wo ist denn da unten? Wir sind aus dem Norden Hm... Was haltet ihr davon? Sag direkt, direkt, direkt Okay Ehrlich? Okay Wollen wir? Ja, machen wir mal Unsprung Wohin denn? Rechts Nach rechts Erst einmal glaub ich Ich war da noch nie Und wohin da genau? Einfach gerade rein da in die Stadt Wir kommen erstens gar nicht so heute schon Nummer 1 Doch, wenn ich mein Fall schon jetzt öffnen würde Kann man auch öffnen Ich auch Und dann nochmal wehen Gut So weit Also Um die 50 Wir kommen soweit 40 40 kmh Solltet ihr haben Ne, ne, wir müssen ja noch ein Stück laufen, aber egal Wir können auch ein bisschen die Sicht genießen, oder? Ja Ach immer drauf, ob jeder Autos zählt an der Straße, dann könnten wir auch fahren Ja, mit dem Auto halt Können wir in die Großstadt da gleich, ne? Da wollt ihr ja hin, ne? Rechts in die Großstadt, da am Wasser, ja Aber die Zone kommt gleich unten rechts Ich glaube, wenn ihr in den Urlaub fahrt, dann guckt deine Frau auch auf die Karte, oder Dennis? Ja Ja, okay Definitiv Anders könnte ich mir das nicht erklären bei ihm Wo seid ihr denn? Ich bin schon eher raus, also Ich bin schon eher mit dem Fall schon runter Seid ihr Lutscher? Äh, ich hab auf jeden Fall schon Erde gezogen, mein Ich hab hier bei mir auf der Straße kein einziges Auto Ich glaub, wo Knalli hinläuft, wird ein Auto Das ist kaputt Achso, scheiße Da wurde ich muss laufen Du lootest, da kommt halt eben einmal durch, dann bin ich Ja Naja, einer schon mal looten und dann Nimm das dürfchen nicht mit, ja, ne? Ja, nimmst du mit Ja, mach du, ich geh schon mal weiter So jetzt, jetzt seht ihr Jetzt seht ihr ja auch den Manneken, ne? Guckt euch das Kreisding an Jetzt seht ihr ja auch den Manneken, ne? So dicht seid ihr quasi an der blauen Zone dran, quasi Und wenn die blaue Zone kommt, geht der Balken der blaue quasi weiter nach rechts Kommt der immer weiter zu dem Mensch, ja Komm ich lauf weiter, hier ist eh nix, ey Ja, loote ruhig durch, wir haben nicht viel Zeit Das heißt, ja Wir müssen hier recht schnell weg Boah, wir brauchen auf jeden Fall Ja, wo kommen wir über die Großstadt müssen Der Großstadt werden wir nicht viel Zeit haben, weil wir wahrscheinlich gleich runterfahren müssen Und das dauert auch noch mal gute zwei Minuten Naa Ist die Zone kommt, die geht so langsam Boah, ich hab so viele Waffen hier in dem ersten Haus, ne? Ehrlich? Alter, ja, hier oben Ich hab zwei Scars gefunden Hier oben liegt jetzt noch ne AK mit Munni, ja Kann ich gar nicht alles aufnehmen Ich komm zu dir Ja Such euch da ein Autoknelli, da müsste auch ne Garage sein Jaja, irgendwo hier Haben die nicht die Safe Spawns für die Autos rausgepatcht? Ähm, das kann ich dir so nicht sagen Es gibt welche halt in Garagen Und dann gibt's halt welche, die so rumstehen Aber hier auf der Straße steht immer gar keiner rum Ja, aber, also es gab ja ein paar Spots, wo sicher irgendwie ein Motorrad oder Auto drin war Ich glaub das haben sie rausgenommen Man kann auch mit Schiff nicht mehr düsen, okay Mh, so Ne, geht nicht Also bei meinem Bar ging's vorhin, der sich überschlagen hat Ja, bei dem anderen Wohnen auch Bernd, hier hat's aber gefunden Ja, das scheint er auf der Straße, wo ich rumgelaufen bin Ja, das ist aber nur für drei Wochen Ja, ja Ist nichts drin Ja, ich hol die anderen beiden da Ich hol, äh, oben, hier, der große Haus, der blaue Ach so Ich hol die anderen beiden ab Okay Ja, die werden ein Auto finden, Knolle, da gibt's genug Okay Mh, bis jetzt ist es aber ganz gesehen Ja, das Problem ist, hier sind nicht mehr so viel Sprit drin Richtig, deswegen, lasst uns das lieber aufheben Hier vielleicht irgendwo ein Benzinkanister? Ja, in dem großen Haus, ne? Das war alles groß hier So, da hat man uns da Ich glaub schon mal die Straße lag, falls fehlen denn so kein Auto finden Da ist sehr venida, irgendwo Ja, mach Dann haben wir aber eh ein Problem Ey, keine Waffen mehr Ist hier auch irgendwo hoch, der Knolle? Ich hab's selber krank Hä, wie bist du da hochgekommen? Einmal rein, das ist so eine Tür, Berti, neben der Garage Ach da Hast du schon ein Auto entdeckt? Ja, aber ich bin jetzt auch erst im Haus, ich guck gleich bei einer Minute Ja, hier ist bestimmt irgendwann Hast du mir auch Munition liegen lassen? Ne, ne? Wenn hier irgendwo eine Garage ist, dann müssen wir mal reinkommen Doch, liegt auch jetzt, ne? Ich find hier keine Waffe Oder, da in dem Raum Oh, was geht noch höher? Oh, was geht noch höher? Ja, ich seh, was geht noch höher Ich erkenne das Ding hier halt nicht Oh, sogar meine Lieblingshafte, danke Okay Also ihr müsst sagen, wann wir los müssen, ich hab da Zeit Ich, äh, kenne mich ja nicht aus Wenn wir ein Auto finden können wir in der Zeit durchgehen In 30 Sekunden solltet ihr euch mit einem Auto auf dem Weg, Mann Also auf dem Weg, Mann Hast hier alles gelootet, Knolle? Ja, ja Okay Aber es kommt ja dann erst die Zone, das geht schon Ohne Auto wird halt ein bisschen Kein Auto findet, müsst ihr euch da oben irgendwo ein Boot nehmen Ja, oder ein Boot, genau Keine Waffe Geht auch nicht Hier ist ein Rucksack, Werty Ist gar gefunden, aber Sonst auch nicht wirklich wird Sonst auch nicht wirklich wird Sonst auch nicht wirklich wird Hier ist noch eine M4, die nehm ich mit Flo Hier ist noch eine M4, die nehm ich mit Flo Hier ist noch eine Polizei, das ist Stufe 1, Eddie Mh, ich hab hier eine Stufe 2 Mh, ich hab hier eine Stufe 2 Kann ich... Gott Kann ich... Kann ich mal die M4 mit, dann suche ich mal ein Auto Achso, du lootest hier drin, ne? Dann geh ich schon mal raus und guck nächste Ich hab Benzio von... Oh, nice Ich hab mir mal ein paar 90er, äh 9mm Munizium mit Bei Wester hast du das, was hast du? Ihr solltet... ja, in Polizei Stufe 2 hab ich auch in Wester Hast du ein Autoflu? Kann nicht sein, dass da oben gar kein Auto ist Wie geht das, das hat ein Auto Wie geht das, das hat ein Auto Ich werde gleich lustig Ansonsten Knoll, du schnapp dir das Motorrad, fahr hin Hol die ab, du hast ja den Benzinkanister Ja, ich lauf dir entgegen Ja, was machst du? Ja, ich lauf denn zu Fuß Guck mal Oh nein, jetzt hab ich... Nein, fuck Ich hab meine Scar liegen lassen Also hab ich jetzt keine Waffe fertig, Flo Toll, ich hatte die voll ausgerüstet, ich Idiot Ich hab hier ne VSS Das ist die neue Sniper Auf mich wird geschossen Nee Wow Ich weiß nicht mehr wo die ist jetzt Schön Ich kann mich eh grad abholen Die Zone kommt, ihr habt euch ja nur noch nicht ein Millimeter in Bewegung gesetzt, ne? Nee, ich hab ja gesagt, bei 30 müssen wir los Ich glaub's grad so ein bisschen verkackt hier mit der Waffe Hier ist einer, fahr zu Berti Wie? Was? Der Auto Ja, ich fahr aber dazu Berti Weißt du mittlerweile wo die gehen? Ja, ja, sind zwei Stück Auf Richtung Straße Weißt du auch wo? Ja, wir sind nicht im Haus Ich muss mich kurz bei guter wissen Nicht um, ne? Hey Hey Wo bin ich denn? Hier hinten sind die ungefähr Sarawene, der Waffe tut mir leid Ich hab dort eure ganzen Aufsätze drauf Hey, schön Heile mich kurz Bei den Häusern da Berti oder wo? Ähm, rechts von den Häusern Also einer hab ich nur gesehen, aber es haben zwei auf mich geschossen Außer dieser eine kann von zwei Blickwinkeln auf mich schießen Den hinten laufen Oh ja Schießt Ich bin getroffen Der Typ schießt echt gut Achso Das muss er hin Ich hoffe, er hat gute Verbrauchswerte nach Ding hier Ja Ja Das ist doch krass Er braucht halt ein Fahrzeug, der Typ, ne? Ich hab noch eine VSS geholt Äh, VSS Die neue Sniper Hast du die jetzt kaputt gemacht? Quatsch Ja, die Visierung ist immer kacke Hab ich schon gesagt Das ist mir noch nie passiert heute Mach mal einen Punkt mal direkt So, mach mal einen neuen Punkt Okay Gibt's auch ein zu grün oder was? Wir sollten Ja, wir fahren zu grün, würd ich sagen Hier hin Oder da, ja Hast du jetzt überhaupt ne Waffenflug? Das hat gar nicht WUH Was ist denn sonst? Ich bin ausgenockt Ich bin auch ausgenockt Scheiße Alter Wir sind glaube ich 500 Meter hochgeflogen Ihr seid schon richtige Nappels, ne? Scheiße, sorry Die Zone kommt Aber wir können ruhig schon noch drum bleiben Halt an Ihr müsst Habt hier noch ein großes Hellspeck Nein, ich sterbe selbst bald Ey, Alter Muss ich jetzt Ganz schnell in den Schrezen Nee Steht nicht Stell dich hinter ihm, Knolle Hinter ihm Du gehst, ja Muss ich jetzt gleich sofort Ein Red Bull nehmen, am besten? Erstmal laufen? Am besten, ja Weil der Flod ist auch so gut wie tot Ja, viel Spaß wie ihr wegkommen wollt Ich hoffe, ihr habt euer Auto noch Kann ja irgendwo sein, Dennis, oder? Ja, ich bin da nicht Da liegt der Wuppet hinter uns Hinter uns Hinter uns Wer sieht, du musst fahren, ne? Ja, wir fahren jetzt Ich bin jetzt nicht tot Hier Wo? Hast du keine Verbände? Hier, hier Hier liegt's Fahrt Ein Verband nehmen und dann losfahren Das Ding macht euch jetzt noch nicht so viel Schaden Hast du mir noch ein bisschen eine Wegweite, Knolle? Weil ich hab keine Ahnung, wo ich gelang muss Ich fahr die ganze Straße einfach entlang Dann kommen wir doch irgendwann Irgendwann sind wir doch nicht mehr in der Zone Ey, das Motorrad ist voll von Dings, ne? Ihr müsst wahrscheinlich irgendwann nochmal ein kleines Medipack nehmen Selbst ich Selbst ich Kein, wenn ich sagen Guck dir mal meinen AP an Ich hatte volle, volle Leben Ich bin jetzt nur bei halb Kann ich auf dem Motorrad ein Medipack nehmen? Ja, also Ich bin jetzt mit den Scherten Also ein Trolls Verleckt so, ne? Manchmal Ich fahr geradeaus, dann ist mein kürzester Weg Ja Irgendwo schießt ihr was? Ja, scheiße Oh Oh, da wär die links rum Ja Nur die Straße Oh, da ist auch noch nicht die rote Zone Egal, nur Just No Fun Also Also du hast wohl nochmal getroffen Okay Oh, Flo Den machen, ich muss doch Gas geben Aber ich brauch nen Reds Ich bin ausgelockt Schnell Nice Ich Ich glaube wir schaffen das nicht Flo Komm, schnell Ich bin ausgelöst Mit zwei Bandams haben wir besser dran gewesen So Guck mal, Betty und ich auch fast so Denn wir müssen irgendwo halten Vielleicht vor Erstmal ein bisschen Torwart bei dir auch Torwart bei dir auch Torwart bei dir auch Torwart bei dir auch Torwart bei mir Irgendwo da ein wenig geht oder so übernehmen Oh, scheiße, ich hab gar nichts mehr Wie geht das? Motorrad? Wir müssen definitiv zu in der Stadtknolle Bei mir flippt das hier Kannst du aufsteigen? Ich glaube, wir können ruhig Risiko eingehen Achso Jop Ich bin nochmal hinten jetzt Also wenn wir that game noch gewinnen, ne? Flo? Mit den zwei nicht Boah, Alter Ey, mit Flo Motorrad waren das immer noch letztes Mal, ey Ich gelässe das nicht, wo man sich wieder holt Guck mal, die Türen, sind die zu? Oder offen? Die dann ist zu Zu Jetzt zu Ja So, alles Okay Komm, wir haben Glück Ich geh hier rein Oh Du darfst zusammen Ich will wahrscheinlich gleich retzten, weil ich in der Zone wieder sterben werde Alter, ich hab voll die Lack Ich hab keine Medi-Fact-Packs mehr, ich weiß nicht Torwart gibt die ganze Zeit Gas Du bist gestorben? Jetzt nicht mehr Ich hab auch keine Medi-Fact-Packs mehr Na, lauf Lauf doch, wir sind noch weiter vor Ich brauch' trink' Medi, Scheiße China, ne? Ich weiß ja nicht Ich hab' nicht Ich hab' nicht Wir müssen Ich hab' nicht Wir müssen Wir haben gar nichts Wir haben gar nichts Ich bin auch so gut wie tot Ich werd' hier auch Wegen eurer Aktion Wieso weg uns aber Wieso weg uns aber Aber komm, wir sind ganz schön hoch geflogen, glaub' ihr, oder? Ich hab' nicht Ich glaub's auch immer noch keine Kontrolle Also, Hörmann fliegt auch Nö Ich hab' nicht verfällt, oder? Ist da aber drin, Knolle? Kein Health-Speak mehr, ey, gar nichts Ich auch nicht, ich hab' alles aufgebraucht Kannst du mal mit dem Motorrad zur großen Halle fahren? Wie hier hinter ist Ich fahr' jetzt erstmal zu grün, sorry Ich hab' ich denn jetzt solche Lacks, Mann Wir müssen looten Halt nichts Kommst du da hingelaufen, Berti, oder? Ich komm' da hin, ja Ich hab' grad tierisch große Lacks habe Ja, ich auch F3O-Server, ey Oh, Bandagen gefunden, nice Ich würd' mich auch mit allem zufrieden geben, gerade Hast du jetzt mal im selben Haus wie ich? Keine Ahnung Ich bin ein wenig verzweifelt Du bist fast 5 Minuten, du hast mich versungen gebracht Oh, ein großes Medipack Nice Direkt neben und dann nur ist Oh, hier ist eine SKS Wir sind ja in einer guten Zone, also Was hast du gesagt, Dennis? Ich hab' irgendwo ein Auto gehört Keine Ahnung Ich hab' andere Sachen Ich hab' andere Sachen Kann ja nicht an meinem Rechner liegen, wenn das bei euch auch so ist Ich hab' ja der Server stürzt bestimmt gleich ab Motorrad hattest du gerade? Ja, ne? Bitte? Motorrad hattest du mich noch? Ja, Dennis, wo bist du? Ach, da stehst du Hier ist gleich hier hoch zum Haus Wie gesagt, hier ist ein SKS-Pay Ich hab' ich die nehmen, so Ich würd' sie sonst auch nehmen Ich hab' Munition dafür, ja Ja, aber nur einmal eine Munition Ja, ich hab' ja noch Munition dafür Wegen der AK, weißt du? Ja, okay, aber Das ist halt kein Scoped dabei, ne? Ja, das brauch' ich nicht so zwingend Was ist'n die? Hier liegt auch noch Munition Oh, nice Und, was? Kann ich mal was sagen? Da 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 hat sich ne Pizzole Weck die Übel, kann ich's aufnehmen Auto Flo, bei mir Scheiße Irre ist offen bei mir Leider Ich hab' hier mal die VSS hingelegt Knolle, wenn du die haben willst Ne, ne Weil die Uhr zweimal liest gar Einmal, hast du? Na gut Kannst du direkt nach Achtung Stufe 2 Helm, Knolle? Ja, ja Der fährt auf jeden Fall weiter, ich weiß noch nicht Oh, ne, ist das eine blaue Haus auch noch mitnehmen? Ja, ne, ne Ja, nehm' mal mit, rein Ich guck' das weitergefallen Oh, ne, weiter kann ich mitkommen Das ist tolle Also, Bicke wieder ein bisschen vorgeheilt, hab' ich noch nen Energy Drink, ja Den nehm' ich dann auch gleich noch und der ist gut Ich hab' nen 4-A-R-Scope für dich, Marcel, wenn du wachst Ich hab' ja keinen Sniper, der Baiti dafür Okay, dann kann ich Baiti angehen Wenn mir über nix drin hätt' Nächste Mal spiel' ich mit Marcel, äh, der hat, der findet immer die besten Waffen Hä? Ja, der wollte sich schon wieder über meine Fahrkünste bescheiden Der hat diesmal nichts mit dem Fahren zu tun Wo bist du denn überhaupt? Hast du hier unten die Hörsa schon durchgelootet? Äh, fährt hier Ich weiß nicht, wo du bist Ähm, ne'n Red Bull noch genommen Und fahren wir Jungs Na, erstmal überhaupt Ich muss irgendwie gucken, dass wir zusammenkommen, ne? Ach, die sind da unten Ja, dann lass uns mal hier treffen Hab' ihr ne Auto? Ne, ne, ne Motorrad Ich hab' aber bis jetzt auch nur ein anderes Motorrad gesehen Hier muss losgehen Hier schnell ab 16, wenn du eine haben willst Ja, hier oben sind die Punkte Da links, siehst du ja, in den Hügel, da ist Eingang, da ist auch Genau Wollen wir mal kurz reinhüppeln? Wir haben noch ne Minute Ne, war das denn ne M16? M16 A4 oder was? Ja, ja, genau Ja, die hab' ich schon Na, hast du doch ne Waffe, was du fest hast Ja, ja Aber ich hab' keinen vernünftigen Scope drauf, nix Hier ist n 2, 8 Scope Nimm den Ach ne, den brauch' ich ja, ne? Ja, warte, geb' ich dir dann Ich hab' nur so'n... Ja, Rotpumpf, die sind ja schon Mag' ich nicht Wir gehen jetzt auch nicht ganz durch, oder? Komm Wir gehen jetzt auch nicht ganz durch, oder? Nee, wir gehen nicht ganz durch Ich renne jetzt für einmal alt ab Wir haben jetzt n 8-fach Scope Hier liegt uns auch nicht Vierfacher Das tut, das wär cool Den würd' ich, würd' ich nehmen Wir haben n 8-facher Wär'n 4-facher Gibt'n 4? Ein 8-facher? Nee, ich geb' dir das gleich gleich Nee, ich mein' die anderen 2 Leute Oh, jawohl Ich bin getötet worden Okay So ganz gut Schön Komm her Ja, dann... So, so scher War da... wieviel waren da einer? Ich hab' nur einen noch nicht Wieso hat der dich denn sofort getötet? Wie geht das denn? Weiß ich auch nicht Du hast gar nicht ausgenommen Du hast gar nicht ausgenommen Das schützt du dir ja Ist das ehrlich so? Sondern... Weiß ich nicht Denk ich mal Das war nur ein Raten Rot fahren wir, ne? Ja Da steht ein Bug Wollen wir den nehmen? Ne, wobei unser Motor ist noch voll Alter, wie mir ist du beinahe gar nicht an einem Baum gegengefahren Oh, oh, oh Oh mein Gott Der bringt mich um Der rot war er schon, ne? Bei mir war ein... Türe war die Züge öffnen, ne? Bei mir? Oder war das nur, weil ich jetzt gerade ungewisswitscht hab' Ne, hier ist die Tür auf, lol Wer die Na, dann hauen wir ab Ach... Wo bist du denn? Ach du bist zu ülauben Warte, unten ist einer dritten in dem Haus Hier, komm Guck mal rein, auf der Treppe steht der Ja, springst du raus und lässt mich hier, oder was? Wollt den töten? Ja, warte Kommst du hier hinter? Da oben, oben links ist einer Da sind drei oder vier Leute Da sind drei oder vier Leute Okay, schade Hau ab, Null Ja, geht nicht Du wasser, Marcel? Alter, ich hab grad voll die... Voll die... Muggies hier, ey Ah, ich warte mit Hinter dir kann man, naja Schade Das war einfach scheiße, dass wir uns zu weit aufgezahlt haben Das war einfach scheiße Ich hab so gesagt, bei 30 sollte er los Ob da ein Waffen oder nicht, guck mal wie weit wer weg muss Ja, aber der Flo hat überhaupt kein Zaun Ist der Flo zu überfiegt das so viel? Überher? Geht der auch mit dem neuen Motorrad? Willst du den Flo bei mir auf dem Meer? Echt? Bei so nicht Weißt du aber der Flo hat am meisten scheiße Man, das ist ja... Wir haben jetzt nicht mehr lebt Das ist doch lächerlich Vor allem, ihr müsst das sehen, wenn ich es hochlade, wie ich hier geflippt bekomme. Du willst doch auch noch hochladen und dich selber lächerlich machen. Sicher, ich lade alles hoch. Funktion, das ist so easy. Was hast du? Was ist, ich hab das hinlagt? Nur 32 Gegnerflogen. Ah, easy. Ich schüttel, das ist bei mir auch noch ein paar Pappen, aber ne? Willst hier gleich noch jemand eine Runde? Ne, ich nicht. Roberti? Ne, ich mach gleich EL. Geht ihr ab 2 Uhr? Ja, ab 2 Uhr geht man los, den muss ich vorbereiten. Also ich würde zwei spielen, aber ich kann halt nicht. Also sonst hätte ich schon gesagt, ja. Ich mag das Spiel sehr. Und daher. Schieß rechts und die Einladung, Flo und die interessiert manche Leute. Nur 28 Gegnerflogen. Ich will vielleicht mal ein paar Mal mit Alten dahinter gucken. Über diesen Hügel muss ich, Jungs, go. Komm mit Granat gefungen, Flo tot. Nice, Taktik. Ja. Nicht über den links, jetzt wo er sichtbar ist. Planung antäuschend. Jetzt wo er sichtbar ist, weißte Renter. So geht es in das kleine Häuschen. Nice. Brot Taktik. Jetzt zeigt er uns, wie das geht. Flo. Go go. Das Gute ist, damit rechnet, glaube ich, keiner hier. Im Feld? Ich wurde letztens im Feld weggeschossen, weil man da reingucken kann. Und wenn du auf eine kleine Erhöhung bist, so minimal. Ja, klar. Das ist hier mit jetzt. Also wenn einer im Haus sitzt, sieht er dich sofort. Aber die hätten dich schon angeschlossen, wenn die bist, wo du bist. Ich bin überlegen, soll ich das fahren jetzt zur Mauer? Zur Mauer wäre sicher, ne? Hast du mir jetzt noch einen gleich gefasst? Ne, finde ich nicht. Wahnsinn. Da gucken aber die meisten zuerst hin zu sowas. Ja, das mag ich jetzt annehmen. Geh zu und hinter der Schreppe unten. Geh hoch. Unten, hinter der Schreppe. Ach. Unter so einer Treppe lauten. Geht auch. Wie sehen die aus? Ich genieße, oder? Die Seele bauen wir mal. Geh die Tür vielleicht wieder zu machen, weil das nicht so auffällt, aber... Sounds nice. Sind ja keiner mehr gerannt, den ich jetzt abschießen kann? Doch, doch, da kommen noch welche. Brauchst du mir. Da hinten auf dem Berg. Oh, um links, 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 links. Links, 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 links. Auf dem Berg da hinten bei 0,35. Auf dem Rennen doch. Ach, jetzt habt ihr... Du wolltest aber welche abschießen. Jetzt hast du die Möglichkeit, weißt du denn? Aber wenn er sich jetzt... Also, wenn der Ellie jetzt aber aufstellt, der Flo, dann... Geht er weg, ja, ja, klar. Sehr gut sichtbar für andere. Aber der zweite wird schon ordentlich an. Alter, der hat definitiv Energy dringend drin. Guck mal, wie der rennt. Der eine freut. Nein, da hinten, ganz hinten, da möchte ich auch noch eine. Ja. In der Zone. Du hast auch noch nicht weit in der Zone. Der Flo seine... Oh, Flo. Nein. Erstens Kill. Nice. Eine Minute würde ich da noch bleiben und dann würde ich mich weiter bringen. So viele Häuser wie noch in der Zone sind, der letzte Nöwigkeit haben. Okay. Da hast du noch Verbände. Ja, ich meine da eigentlich eine der Drinks-Verbände. Es sind nur noch 17 andere. So. Da oben läuft einer. Schau mal. Ich weiß gar nicht, ob der dich vielleicht auch gesehen hat. Anscheinend nicht. Alter, wo du bei mir hinschießt, WTF. Dann ist das auch ein Einzelgänger. Aber zwei von denen, wo du halt eingetötet hast, Leben noch, ne? Mann. Jetzt kommt der andere zurück und schießt ihn weg. Pass auf. Er ermutigt, dass er sich da einfach so umdreht. Und links. Schade. Ja, ne, das geht. Vielen Dank.